Leute, ihr habt es so gewollt, es ist Zeit für ein Steestower-Update. Der Schwarm ist ja auch schon mehrere Wochen drin und es ist wirklich mal wieder Zeit zu gucken, wie es denn geht. Ich habe hier gemerkt, irgendwie hat sich das Holz verzogen. Tschüss, boah, gönnt euch das. Und die haben das völlig festgeklebt. Alter, ich habe hier so ein Imkerwerkzeug, aber das habe ich jetzt gerade nicht. Jetzt muss ich hier mit der Gartenhacke ran. Gönnt euch, wie krass. Digga, die haben einfach jetzt bis hier runter gebaut. Crazy. Brot haben sie, das sieht man hier. Also ist die Königin da, also ist eigentlich alles cool. Den Honigvorrat kann ich jetzt hier unten nicht checken, weil hier unten das ganze Brutnest ist. Dickes Ding hier. Aber hier so, oh, Alter. Von hier oben sehe ich das gut, also das Gelbe ist ja alles Honig. Und diese ganzen Waben hier sind voll. Die Waben gehen einfach von hier oben bis da runter. Dieses Gewusel hier. Jetzt Richtung Herbst verkitten die das alles mega krass mit dem Propolis, um jede Ritze zuzumachen, dass es im Winter dann nirgendwo reinzieht. Ich habe nicht so vertauchten die Waben hier oben. Ich habe nicht so, wie bitte etwas selbstverständlich.